Der wird schwer. Ne, ne, pass auf. Locker, easy. Ne. Mit Locker, Indy? LOL, no way! Das war ein Pidder, ey. Ah, da sind wir wieder. Hallo zusammen und willkommen zu einer Runde Golf with your friends mit dem Vemsor. Und dem Castrafter. Ja. Und das ist mein erstes Mal überhaupt, ne? Oh, ich bin wieder einig. Hallo. Ich schlag einfach mal. Einfach mit der Maus? Auf wen warten wir denn jetzt? Du musst die linke Maustaste halten und dann so nach vorne schieben, dann die Maus. Ah. Dann hast du so einen Penis, der da rauswächst. So einen Golfpenis. Ja, ja. Aber schlecht. Oh. Ja, also, das Kräfteverhältnis ist ganz komisch. Also, wenn du so in der unteren Hälfte bist, dann ist es manchmal viel zu lasch und oben die Hälfte ist sowieso voll Power immer. Ah, verstehe. Du musst natürlich möglichst wenig schaffen, ne? Hat Mini-Golf so an sich. Eigentlich dachte ich, ich schieße voll schnell und dann geht er direkt rein, weißt du? Pass auf. Peter schießt drüber. Bam. Ah, ey. Läuft. Bei mir hat er auch geleckt. Ja, das leckt immer. Wenn der Ball reingeht, dann leckt es immer. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nächste Map. Wie, will ich jetzt? Kann ich Collision haben? Ne, Collision ist aus. Höhööööö. Ah. Hole in one. Krass. Ach so, ihr wart schon grad drin. Habt ihr schon gespielt, die Map? Nein. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn der dummkopf? Ja, aber echt, echt. Ein richtiger Vollidiot. Ja. Ah, weißt du, ihr wollt in ein Loch da rein. Ich auch. Komm, Junge. Komm, der ist drin. Ja, ich geschafft's. Oh, der triecht da. Bogey. Pa. Oh, was ist das denn cool ist? Oh. Müssen wir durch. Oh, nein. Nein, so. Kurz zurückgeschoben. Na, auch hier. Ja, hi, Ball. Oh, ich bin durch. Komm, roll ein Stück. Roll doch. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Nein, was, was, guck dir das an. Bei mir bist du drin, du hängst von am Rand. Ja. Mei. Toll. Alter. Ja, hö. Ach, der Heiko mit einem. Krass. Ja, easy. Easy. Easy, sagt der. Warte, wo sind wir denn hier? Ah, ich check schon. Ah, okay. Ja, Vollidioten. Du hast mich gerammt. Nee, das geht gar nicht. Doch, 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 doch. Nee. Hui. Roll, roll, roll. Stopp. Nee, schaffst du nicht. Ah, doch. Ha, ha. Komm, kipp doch mal das Ding. Ach, scheiße. Nee. So leicht ist das nicht. Alter. Für das erste Mal schon nicht schlecht, ne? Zweiter Platz hier am Start. Oh, Leute, das ist ein Ding. Deswegen müssen wir gucken können. Ah. Ja, du kannst mit Mausrat ein Stück, oh, ein Stück rauszoomen, ne? Boom, Digga. Dann siehst du eigentlich. Oh. Stopp, 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 stopp. Ist einer direkt drin? Hä? Ach, nee. Nee, aber ich will. Nein, das hat jetzt als Schlag gezählt. Ja, haha. Ah, du Pimmel. Ah, Heiko ist auch drin. Ah, nein. Nice. Ah, das war so schnell. Aber das hat mich jetzt richtig viel gekostet gerade. Warte. Oh, guck mal, in echt, ne? Würde ich so einen gepflegten neuen Minigolf so feiern. Ja, das stimmt. In echt sind das immer so kaputte Betondinger, wo der Kunstrasen zu teuer ist sogar. Was mega abgefuckt ist. Nur bei euch in Bayern sind die alle geil. Echt? Ja, klar. Ja, da haben die Geld, ne? Das ist das. In der W, da machst du halt ein bisschen Waschbeton hin. Guck mal, über Bande jetzt. Pass auf. Guck mal, guck mal. Pass auf. Komm, der Heiko. Pass auf. Die Billigschläge, die ihr da immer macht. Pass auf. Oh, der war perfekt. Der war recht gut. Geht hier auch über die Bande? Ja, das geht. Okay, pass auf. Da verschwindet der. Das ist Himmel. Das ist ein Portal. Oh, nice. Cool. Haha. Letzter. Wer? Aber immerhin knapp auf, ne? Hä, warte mal. Der muss ich erst nicht spielen. Ich guck erst, ihr macht da für eine Scheiße. Nee, dann warte ich. Ich hab da jetzt erst gemacht. Ah, warte mal. Ich kann einfach hier so schräg rüber. Bin ich bescheuert? Nein, kann ich nicht. Warte. So. Oh, verdammt. Dann geht nicht. Boom. Zwei. Nee, drei. Ich seh mal ein Ball nicht. Das ist unfair. Loll. Ich bin zurückgespickt. Das geht. Pah. So, das ist schlecht. Von der Wand? Ja, klar. Nee, nee. Von der Fahne. Loll, was machst du denn da für Dinger rein? Nee, eigentlich geht das nicht, weil die hebt sich, wenn du näher aufkommst. Oh, das kenne ich von Simpsons. Dann war das vielleicht ein... Dann ist es drin getrieben, ne? Ja. Hä? Was? Ach so, da ist... Oh, lol. Es gibt zwei Löcher, lol. Das kenne ich. Yes, hole in one. BTF? Heiko auch, guck mal. Was soll das denn? Immer wenn ich aufnehme, bin ich scheiße. Aber ich hab bisher noch nie gespielt. Hast du ja schon so oft gespielt, ne? Natürlich. Er meinte halt generell in jedem Spiel. Ja, genau. Ja, ist so. Ohne Witz. War jetzt ein richtiges Scheißloch für mich, ey. Alles klar. Ohi. Komm schon, komm schon. Aber langsam verstehe ich die Schlagstelle. Hä? Du hättest dich doch noch schlagen lassen können, Heiko, erst mal. Der hätt dich doch noch geschoben. Ne, ich glaub nicht. Doch. Natürlich. Ehrlich? Ja, da. Ach ja, das hab ich ja nicht... Ja. Er schiebt dich natürlich noch weiter. Ach, lol. Aber der schwebt doch. Der ist doch gar nicht auf dem Boden. Ja, doch. Oh, nicht schlecht, Heiko. Manu, jetzt bin ich nicht mehr erster. Ah. Nächster. Okay, wir haben beide 26, ne? Kann einer mal schießen? Ich will sehen, wie man dahin kommt. Wow. Halfpipe-Style. Ja. Scheiße. Okay, der war ein bisschen dumm. Yes. Ah, nice. Hättet ihr die Maps schon gespielt? Ja, ich glaube auch. Wie viele Maps gibt es hier eigentlich? Fünf? Nee, es gibt, äh, also fünf, äh, nee, es gibt, glaube ich, acht, acht oder sieben Welten. Ja. Mit jeweils 18 Loch. Ui. Ja, das ist ganz cool, eigentlich. Ja, das muss... Und die haben schon angekündigt, äh, also es gibt wohl irgendwie schon so eine Beta-Version von einem Map-Editor. Ja. Ähm, und es soll einen Workshop in naher Zukunft geben. War das geil. Weil damit das Spiel nochmal, weil das, dann gibt das nochmal einen richtigen Boost für das Game, wenn es dann so voll die crazy Levels gibt. Also irgendwie ist hier ein Fasswinkel, ich glaube auch ein Fasswinkel. Ja, der liegt an deiner Brille. Nee, ich schieße genau in die Mitte gerade und der kommt einfach links zurück so. Tid, hau ab! Guck mal! Warum? Ich kann dich gar nicht berühren. Nein, du sollst vom Loch weg. Man. Damit ich gewinne. So. Heiko, was machst du denn da? Alter, bist du schlecht? Boah, mein Gott! Oh, haha! Das wird teuer. Oh, ich glaube, du bist draußen. Nee, nee. Also fühl dich nicht, ich kann mich auch nicht sicher fühlen, oder Heiko, also. Ich weiß ja noch gar nicht, was mich erwartet hier. Weil es wird schon relativ schwer immer die letzten Levels. Komm, komm, mach mal 100. Wirklich? Oh, soll ich mal lieber einen Cut machen, Heiko? Das war gemein, ne? Ne, mach lieber so einen schwarzen Balken über die Strokes unten rechts. Lass null. 41. 42. Lololololololol. So. In die Bahn da rein, oder? Ja, okay, komm. Dann hätte man auch Hone und Bohnen können, ey. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass er so easy wird. Guck mal. Oh nein, wo bin ich denn? Ja, da. Los. Ich habe schon gedacht, er lackt ihn da jetzt rein, ey. Krass. So geht das doch nochmal. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie, ich habe keinen Lack? Was soll das denn? Ich habe doch ein Lack, das gilt. Genau so ein Golf-RPG. Oh, der wird gut. Oh, nice. Jetzt können wir alle machen. Ja, probier mal. Ich warte einfach. Warte. Ich gehe auf die, dann auf den. Ach, lol, das ist wie ein Trampolin. Ja. Ich bin gar nicht so schlecht angekommen. Oh nein, ich bin daneben gefallen. Ah, warte mal. Bande, Bande, Bande. Bande ist gut. Oh, ich kann mir nicht. Hier ist ein Winkel drin. Hier kommt man nicht drunter her. Sehr gut. Heiko, wer? Fünf. Sechs. Scheiße. Okay, wie viel hast du, Heiko? Ja. Ein weniger als du. Sieht man das? Nein. Zwei weniger als du. Nein, bleib da liegen. Zwei weniger als du. Aufsache, Ted braucht hundert. Zehn jetzt gleich mit dem nächsten. So, ich hoffe. Immer dem hinten Bäume gefällt. Nein, ja komm, ey. Fick dich, Loch. Da, guck mal. Ah, Peter und ich gleich auf. Aber es nähert sich wieder an. Was ist das denn jetzt? Ja. Junge. Warte, look at this, man. Look at this. Ich bin immer experimentierfreudig. Ich wollte ja auch über diese Trampolin-Scheiße da gehen. Warte. Oh, der war nicht schlecht, aber jetzt bin ich hier unten. Oh, das ist... Oh, gut. Gentle, Ted, gentle. Ne, ne, da musste ich mit Action. Oh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt... Ich bin lieber safe. Hallo. Oh, Gott. Uiuiuiui. Na, ist es gut bei euch? Was sind das für Löcher? Hä? Das sind Arschloch-Löcher. Ach, du Scheiße. Oh, guck mal, wie der da wieder hochküpft ist. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wie der da wieder hochküpft ist. Ja. Das zweite Mal hüpft er da rein. Gut, da lachen die mich aus. Das werden wir... Das gibt's doch gar nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Hallo. Hallo, Heiko. Oh, Heiko. Heiko, ganz leicht. Das war jetzt schon das fünfte Mal, dass... Ja, du musst mal ganz leicht machen. Heiko. Ich bin jetzt leichter. Der Strich ist nicht mal da. Wenn du in ein Loch willst, musst du vorsichtig sein. Ja. Oh, geil. Was für eine Scheiße. Warum gibt es nicht so Minigolfanlagen? Ich werde nur noch Minigolf spielen. Ja, ne. Wäre schon geil, ne? He, der war eckig bei mir und dann ist er rund geworden, als ich geschossen habe. Oh, ja, 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 ja. Und? Und? Mein Gott. Nein! Oh, schade. Ich bin wieder am Start. Ich wäre fast... Das wäre Äpfchen. Warte. Oh, war der gut. War der gut. Ah, das war zu viel. Yes! Boah, noch drei Schläge gerettet aus dem Kack-Kack-Anfang, ey. Zwei hattest du nur, Heiko? Boah, ich hätte fast einen gehabt. Oh mein Gott. Das ist ja cool. Okay, weiter. Also man muss erst mal hier und dann... Dann mach ich einfach nur geradeaus, dann geht das. Pass auf. Also geh ich... Nee, geradeaus geht nicht, weil du bist ja später langsamer, weißt du? Du bist auf dem ersten schneller als auf dem zweiten. Bleib liegen! Bleib liegen! LOL! Nein, no! Scheiße! Ah! Es war so gut! Der wird schwer. Nee, nee, pass auf. Locker, easy. Nee. Mit Locker, Indy? LOL! No way! Das war ein Pidder, ey. Ah, da sind wir wieder. Sehr gut. Das ist aber gar nicht... Ey, das hat doch jetzt nicht ernsthaft Eisschuss gezählt. Scheiße. Okay, da hinten ist doch ein Sägeblatt, da müsst ihr aufpassen, Leute. Hallo, Tiders! Hallo! Hi! Jetzt kommt ein Stamm und rollt dich weg. Ach, du Scheiße! Hallo, Tid! Ah, hallo Heiko! Hi! Hallo, Fächer! Die Musik ist doch geil. Ja, die ist schon sehr entspannt. Ach! Das war das letzte Loch. Warum hätte ich nicht einen besser sein können? dann hätte ich ihn abgeschrubbt krass ja, da ist wohl ein Draw müssen wir nächste Folge mal gucken aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat lasst eine Bewertung da, guckt beim Heiko und beim Ted vorbei alles in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Game ihr habt dann nicht, tschüss